oh mein gott ich muss durchsuchen darf ich die nerven? ja oh mein gott ich könnte zu denen fliegen nicht alleine oder doch? zu rüber, die wissen nerven? kommt hier, kommt hier, kommt hier ich glaub wenn ich jetzt nicht draufgehe hier ist einer, hier ist einer ein Team ist oben links und ein Team ist oben rechts und rechts der ist bei mir oh der hab ich gesehen hier bist du schon weit weg bei mir ein bisschen in halben ist hier unten mal wegschüttt wo ist er? hier unten aber wie kommt das hier? ne, kann das aber wer die schießt einfach alles kaputt bei mir die schießt einfach alles kaputt bei mir warum? ich hab einen genockt aufm Haus die gehen gleich zu ihnen rüber die gehen zu ihnen rüber schießt das Dach kaputt schnell ich bin nur eines bei dir unten gewesen, logisch hm ich hab einen getroffen 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 ufff wie die die ganze Zeit snipen müssen wir zu Sioux? ne also ich bin noch safe komm 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 wir müssen, wir müssen noch zu uns ach so wir müssen auch zu uns rüber gelangen ich glaub die kämpfen grad angeht die fliegen wenn jemand fliegt ich hab einen 100 ja habte ich kann nie wissen schützen ich hab runter geschmissen ich hab runter geschmissen ja die kommen nicht rüber hinter uns gelandet hinter uns gelandet hinter uns gelandet ist tot die kommen unten die sind unten die sind unten unter uns die müssen hochkommen hier man snipe noch von drüben komm passt auf die Seile auf kann man da nicht links hinwerfen Taschenbunker haben wir noch ne alles nachladen komm wirklich hoch es gibt nur ein Seil das ist voll schwer hier runter zu gucken ist doch ein Taschenbunker drauf die kommen nicht hoch mach 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 nein nein hier ist drauf das ist schon das ist ja am Boden ohhhh ah dann ist doch gut dass ich verkackt habe beim Werfen das warst du ja 200 IQ die sind doch safe oder ja die Zone bewegt sich auch dann wird es nicht her ja wenn die sich bewegt wird es schwer für uns nein wir haben noch Seile die können halt unten einfach laufen die können halt unten einfach laufen ja da können sie von uns abgeschossen werden in der Zeit und die sind im Busch ich seh das doch guck mal ich smech die jetzt aus mit dem Busch raus mach ich im Busch hol mich ja ja ey jemand kommt hoch der kommt hoch noch einer noch einer nur noch einer einer kommt hoch der letzten noch einer noch einer noch einer letzter ah nein ich hab ihn ja oh mein oh mein der einzige Klingdecker die die einzigen Hits die ich gerade gemacht habe waren die letzten drei Gegner oh oh ich dachte die fehlen in die Zone rein ja ey echt die kommen nicht hoch haben die das Ding kaputt geschossen? ja ja tschwek jalla dieser war zu episch hast du gemacht mit deinem Bunker ja ich habe ja ich habe